hallo und herzlich willkommen auf dem kanal von simba den richback ja wie man sieht wir befinden uns im inneren eines gebäudes umgangssprachlich drinnen ja also ich sitze hier im büro und der simba ist auf seiner couch das war früher mal meine jetzt ist es seine und er hat ein großes fenster da kann er raus gucken und leistet mir gesellschaft während ich meiner arbeit nachgehen und weil er gerade so entspannt und ruhig da liegt dachte ich das ist doch mal schön darüber zu sprechen wenn das nicht so entspannt ist und der nicht so schön ruhig und entspannter liegt ja was man alles so beachten kann muss sollte wenn so ein hund ins haus kommt ich glaube das ist ja eigentlich so allgemein bekannt dass man halt so die ja die bude halt welpensicher macht sag ich mal und ich finde es gibt eigentlich nur zwei möglichkeiten wie man das ganze anstellen kann also entweder man entscheidet sich dafür dass man wirklich alles was irgendwie sensibel ist wo man nicht will dass der hund dran geht dass man das alles wegräumt oder man entscheidet sich dafür dass alles liegen zu lassen oder zumindest zum zum großteil und dann dem hund halt eben anzuerziehen dass er nicht daran gehen soll und ja wir haben uns halt für letzteres entschieden und ja das hat natürlich von anfang an nicht so toll geklappt das ist ja klar ich würde hier an der stelle mal so ein paar bilder einblenden was unser simba alles so angestellt hat und das macht er natürlich vorzugsweise wenn wir nicht dabei sind und das kann ja verschiedene gründe haben jetzt mal abgesehen davon dass man das haus verlässt weil man halt nun mal weiß ich nicht arbeiten muss oder sonst was zu tun hat aber es geht auch schon los wenn man einfach nur mal den raum verlässt beispielsweise man muss halt nun mal dem menschlichen bedürfnis nachgehen ja und geht dann also auf toilette und verlässt halt in den raum dann und erst dann alleine und dann sieht er seine chance gekommen und fängt dann da an zu ja zu vandalieren halt so ein bisschen geht dann hat an sachen wo genau weiß was darf er eigentlich nicht ran weil wenn wir da sind dann macht er das nicht das macht er dann auch wirklich nur wenn wir wechseln oder halt eben den den raum verlassen haben und er dann unbeobachtet und ungestört ist ich habe ganz am anfang habe ich eine kamera sondern so eine kleine gopro oder so eine action cam halt also weiß keine gopro aber so eine action cam halt die habe ich aufgestellt um halt zu beobachten wie er sich so verhält wenn wir weg sind ja ob er hier winselt und wenn ja wie lange und so weiter und da war dann unter anderem drauf dass er bei uns auf den esstisch draufgegangen ist das hat er nie gemacht also ich habe das nie gesehen dass er das gemacht hätte nur halt wenn wenn wir nicht da sind dann scheinbar dann spaziert er auf unserem esstisch rum also das war ja eine erkenntnis die wir vorher einfach so gar nicht hatten was ich aber da noch dazu sagen möchte also klar ja wir wir lassen unsere sachen halt weitgehend liegen auch zeitschriften und so ein kram ja also ich bin das ist halt prädestiniert das raschelt schön da kann man schön drauf rum beißen und so ja aber wie gesagt das das lassen wir halt eben liegen was wir aber wegräumen und wo also nicht ran kann sind alles sachen mit denen er sich schaden könnte also ich meine jetzt klar wenn er ein stück papier frisst ist jetzt nicht unbedingt ja gut für ihn aber das bringt ihn nicht unbedingt um ja aber zum beispiel ein sehr scharfes küchenmesser oder sowas ja also das wird er das wird er nicht finden also das ist alles so verstaut dass er da nicht rankommen kann ja auch stromkabel oder solche sachen die sind alle weil es geht so verstaut und verbaut dass er da nicht rankommen kann und ja der findet das wahrscheinlich blöd dass ich hier mich mit dem handy beschäftige und nicht mit ihm oder er versucht gerade die kohle zu kriegen zu schlafen und ich halte ihn davon ab deswegen beschwert er sich gerade so ein bisschen ja also alle sachen womit er sich halt irgendwie schaden könnte dass das haben wir natürlich dann verstaut und weggetan ja am anfang war es ihm auch noch möglich dass er an den müll konnte das haben wir aber also nicht mit erziehung wegbekommen dass er daran geht ja weil ja was soll ich sagen also das ist halt das problem wenn wir da waren hat das nicht gemacht wenn wir weg waren hat das gemacht und ja wir essen ja nun mal auch dinge die für hunde gefährlich sein können die aber für menschen absolut unproblematisch sind so als beispiel paprika also das ist wohl für hunde nicht so toll und klar bei gewissen sachen muss er sein ein drittel seines körpergewichtes davon essen um davon irgendwie zu sterben oder so aber wenn er was ist was hat nicht gut für ihn ist und jetzt nehmen wir mal bleiben wir bei dem beispiel paprika dann kann halt eben auch durchfall davon bekommen oder vielleicht auch magengrämpfe oder sowas haben das sind sachen das wollen wir natürlich nicht deswegen haben wir also den biomüll mittlerweile oder überhaupt unseren müll so verstaut dass er da nicht rankommen kann weil es einfach eine gefahr ist die davon ausgeht und wir können nicht 100% gewährleisten dass unsere abwesenheit da nicht dran geht deswegen haben wir das so verbarrikadiert dass er da auch nicht mehr rankommt ja also noch mal auf das ursprungsthema zu kommen wir gehen also den schweren weg ja und sind also hinterher ihm beizubringen dass er sein kram hat also sprich sein ja sein beispiel zeug und seine leckerli und ja was er halt alles so von uns bekommt um sich damit zu beschäftigen um es zu fressen wie auch immer man das ausdrücken möchte ja und halt eben dass er unser zeug in ruhe lässt ja da spielen natürlich auch sachen rolle wie zum beispiel kinderspielzeug ja ich meine ist ja wohl logisch dass jeder nachvollziehen kann so ein kind das reagiert sehr unschön wenn der hund das spielzeug zerbeißt ja ist leider halt auch schon vorgekommen aber dann müssen wir halt alles ein stück weit alle gemeinsam miteinander durch ja und es ist auch schon besser geworden das muss man ja auch dazu sagen also ich will das jetzt gar nicht hier so irgendwie dramatisch darstellen oder so klar ich mache so ein bisschen clickbait vielleicht mit dem thumbnail ja weil man da halt sieht wie er da gewütet hat aber so schlimm ist er ja gar nicht also wir haben ihn ja jetzt auch erst seit drei einhalb monaten mehr und in den dreieinhalb monaten also das ist ja finde ich auch erstmal per se keine allzu lange zeit aber in den dreieinhalb monaten hat sich auch viel getan und es wird auch immer besser und wir kriegen das auch irgendwann hin dass das so läuft dass er sich nur auf sein spielzeug und seine sachen beschränkt und unsere weitestgehend dann in ruhe lässt aber es ist halt ein weg den man geht mit so einem jungen hund bis der halt soweit ist dass er das alles ja so aufgenommen hat wie man das auch selber möchte das dauert halt einfach ein bisschen ja an der stelle würde ich dann auch eigentlich schluss machen wollen vielleicht kriegen wir den sind wir noch mal dazu dass er eben auch noch mal tschüss sagt dass du noch tschüss also an der stelle ich wünsche euch was bis zu den nächsten videos und tschüss